Weshalb kommen Sie gerne zur Pflanzenkölle? Ja, also Kölle ist für mich Erlebnis. Ich liebe besonders diese Ostertage vor Ostern oder Weihnachten, wenn das hier so toll dekoriert ist. Also Weihnachten hat mich schon total angemacht, weil das im September, Oktober losging und dann war das der Weihnachtsbaum. Jetzt ist der Osterbaum und ich bin total inspiriert. Ich bin jetzt seit fünf Jahren hier in der Gegend zu Hause, wegen meinen drei Kindern. Und immer wenn ich mal traurig bin oder irgendwas passiert ist, gehe ich zu Kölle. Ich gehe durch und ich sehe diese tollen Arrangements, dieses alles miteinander so zu verbinden in diesen tollen Mint-Tönen und hellen Tönen. Ich bin immer total angefixt, wenn ich dann nach Hause komme. Ich habe dann das zehnte große Osterei und verschenke es dann weiter und versuche immer wieder neu zu dekorieren, mich zu inspirieren und es ist Freude pur, kann ich nur sagen. Und ich bin nicht gekauft.